Ich gebe hoch zu euch! Ja, und wir geleiten die Jungs natürlich direkt in die Einführungsrunde. Ich stehe nicht mehr! Das ist ein wichtiges Komforte. Deutsche Tourenbadmasters 2013, Saisonlauf Nummer 5, das Sommerhighlight auf dem Nobisring in Nürnberg. Und jetzt stehen wir unmittelbar vor dem Start, gleich also gehen die Lichter an. Die grüne Farbe wird geschwemmt hinten, es schwimmt laut, bitte rennenfrei jetzt. Oh, Leuchte frisch davon gehen wärmer, wenn ich es richtig gesehen habe. Und hoffentlich entsetzt sich da gleich ganz nach vorne und ab innen natürlich gleich noch. Und die ist natürlich da. Ich kann abschreiten manchmal. Oh, jetzt. Also der Grundlichtkegel könnte man auch. Also Safety Car, das ist in dem Fall tatsächlich so zu dem, wie es denn auch heißt, nämlich Safety, in dem Fall zur Sicherheit kommt das Auto mal raus, führt dann das ganze Feld einmal rund um die 2,3 Kilometer. Das ist ein Rundesweg, das sind die Haustürkwärme ein bisschen früh gezucht, aber das kann ich mit dem Aufblick noch möglicherweise falsch gesehen haben. Und gleich noch einmal das Auto. Und wir sehen, was da am Ende bei rauskommt. Rennen gefreigegeben, Wickens, Thor, Speckler, dann Montana, W-Line, Paffelt, Handy, Frio, Extra, Vittores, Torne. Und dann, natürlich nehmen wir auch die Komponenten abstehen. Die Komponenten entgegen. Und dann, natürlich nehmen wir auch die Komponenten abstehen. Die Komponenten entgegen. 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 und im letzten Sektor. Da verfügt es nur unsere Alpes. Ich muss dem Vorhaben kommen, dass wir uns erlauben haben. Die Luft ist nicht so. Das ist die Luft. 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 Jetzt kommt die Flixen. Das ist die Luft. Das ist die Luft. Das stomatisch war. Das war die Luft. Das war die Luft. Die Führung über Meilenweinung Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020